Hi Leute, es ist wieder mal Chaos von 40 und willkommen heute zu MeinGeschaft Yanderehaus vs. Medusa Haus Im Tsunami mit, äh, Ryan Hallo Der ist nämlich heute in meinem Team Team Männer Team Männer Und mit dabei ist die Sandy Raul Die Sandy Raul Und mit dabei ist die Easy Cheesy Und mit dabei ist Ryan X Cola Ryan X Cola Wie er uns alle falsch ausspricht Wenn du noch mehr Leute hier mit einlädst Dann können die hier eine Stunde an Bord machen Und wer dabei ist, und wer dabei ist, und wer dabei ist Oh, wir müssten aber mal Ey Leute, ihr könnt mal ein Like lassen, wenn ihr das mal haben wollt Wir müssen mal eine Folge machen, wo wir vier Häuser bauen Jeder ein eigenes Das ist ja geil Ich sehe schon, Sandy hatten aber wahrscheinlich eine halbe Stunde War einfach so ein 3x3 Lass mich Oh ne, 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 ne Es wird noch gar nichts da Nur eine Schnecke oder sowas Ich wusste nicht, warum blöde Chippe Bei mir letzte Folge aus Letzte Folge haben wir Minecraft Freunde Base Versus Minecraft Freunde.exe Base gemacht Unbedingt auschecken Und, äh, genau Ich würde mal sagen Lass mal hier Ryan Pink ist unsere Farbe, oder? Nein Ja, ich glaube schon, Pink ist ganz gut Nein Nein, nein Welch ist Pink? Wir machen heute eine Medusa Base Und die anderen können eine Yandere Base spawnen Yay Oh nein, Ryan Ryan kinks Flashbacks Nein, nein, nein Ich stelle die Wand hoch, das will ich nicht nehmen Let's go, let's go, let's go Alles klar Super Aber, äh, wir beginnen hier mit Grün Und wir haben sogar Lila als Einflussblöcke dabei Oh nein Oh, das ist cool Wo ist Izzy hin? Hilfe Izzy ist hier im Tsunami Ah, okay, wir da Und nach gut einem ganzen Jahrzehnt sind wir endlich fertig In Minecraft Tsunami So, willkommen in 2024 zum ersten Video Hi Nein, Spaß Ich hoffe, das dauert nicht so lang Ähm, okay Okay, Leute, wir sind fertig Wir haben hier unsere zwei, äh, Bases aufgebaut Und, Ryan, warum ist da hinten ein Among Us? Äh, ich weiß es nicht, was ist das? Haha, okay Egal, Leute Wir haben die größte Mauer Die breiteste Mauer, die überhaupt Weil, Ryan, wir sind Männer Wir sind breit Ja Und wir hier, oh mein Gott Wir sind breiter, oder Sandy? Wir sind größer Wir sind höher Wie hoch ist die denn, die Base? Ja Die sind länger Einfach zwei Meter zehn Oh mein Gott, okay Alles klar Wir haben alles hier gemacht Äh, ich Was hast du da gerade Achso Oh, den Aufzug habe ich benutzt hier Du fliegst doch einmal Ryan und ich haben eine Medusa erschaffen Und ihr habt ja eine Dere Und ich würde mal sagen Letztes Mal haben wir meine Base zuerst eingeguckt Bzw. die Base von Sandy und mir Sandy, kriegst du Sinn? Einfach leer lassen Nein Ähm, einmal Ja Oh mein Gott Okay Alles klar Und ich würde mal sagen Lass mal schauen, was ihr so für eine Yandere Base gebaut habt Nein, nicht die Yandere Base Nein Nein Ryan Splashbacks Splashbacks Nein, wir haben nämlich schonmal gemacht Verfolgt von Yandere Und da war Yandere verliebt in Ryan Sehr verrückt verliebt Ach, stimmt Könnt ihr mal recht zu mir auschecken, wenn ihr wollt Und ihr könnt auch einen Like lassen für mehr Minecraft Tsunami Ich weiß nicht, wie habe ich es vorhin gesagt? Ryan Boah Easy hat das abgebaut, oder? Okay, ey Ich muss sagen, ihr habt es echt cool gemacht hier Das Gesicht ist richtig realistisch Dankeschön Ein Messer Wer von euch hat das Messer gebaut? Das war dann wohl die Sandy Niemals Hat Sandy eigentlich irgendwas gebaut? Ich habe Sandy aber im Einrichten geholfen, oder? Hallo, ich habe Easy angefeuert Aber ich habe Sandy wirklich gut beigebracht und gebaut, oder? Ja Ey Ryan, das war es Ich habe sogar Betten gebaut und alles mögliche Jawohl Nein Ryan, don't do it Ja, einer weniger Flo, wir gewinnen, wir gewinnen Yes Baut das Bett da, baut das Bett da Nein Alles klar Ja, geil Okay, dann lassen wir hier reingehen Sandy, zeig mich hier Gib mal eine Haustour Also, kommen Sie bitte rein hier Okay, alles klar Hier ein Kronleuchter Ein Bild von Zuckerstangen Okay Oh, cool Oh, ups Wichtig Kronleuchter, angelehnt an die Schöne und das Biest An die Krone Oh, was ist das? Das ist doch ein Gold hier Oh, Gold, lass ich es mitnehmen Nein Schlimm, jetzt können wir die picken, ist schon Hey, das sind meine goldene Schuhe Also, dafür ist es kein Spaß, ja? Das ist echt so Was ist hier los? Hey, Ryan, du hast den Eindruck in der Hand gehabt Das ist richtig rumgepackt Ja Ja, hier wird hinten stehen Warte mal, gucke ich gerade aus dem Bauch raus Lecker Ich komme mir gerade vor wie so ein Wie so ein ungeborenes Baby Ja, wir haben noch weiter gebaut Kommt, 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 kommt Okay, okay, okay Flo, Flo Komm mal hin Habe ich geklaut Hier Hört ihr jetzt aus, sagen zu klauen Hallo Alles klar, lass mal Leute da rauf gehen Okay, schön Okay, interessante Bilder Okay, interessant Wait, ihr habt einen Erdbeerkuchen Ja Lecker Erdbeerkuchen Und einen grünen Kuchen Wait, den will ich haben Minze Alright, lass den klauen Minze Nein Weg jetzt Wait, du hast wirklich goldene Stiefel Yeah Okay, das hat Und das Hauptzimmer ist das hier Oh, das schaut richtig japanisch aus irgendwie hier Schön hier, ne? Schön, ne? Und hier die Überreste von dem Fisch Aber warte mal, wer von euch hat den gegessen? Ja Ähm Ähm Wuschel hat den gegessen Der war auch bei uns gestern Abend Wait, stimmt, da habt ihr Burschel noch Höh, wer ist Wer ist er? Äh, das ist nur meine Maske Oh mein Gott, du meinst deine, deine Bisschen schiefer Deine Stirn, dein Stirnband Okay, alles klar Ey, aber ihr habt ein Doppelstockwerk Ryan, haben wir ein Doppelstockwerk? Ähm, ja, wir sind Männer Äh Nein, wir nicht Ryan, wir brauchen kein Warte mal, hier geht's hoch, wenn ihr gesehen wollt Hier geht's ins Schlafzimmer Ja Na, warte mal, da wollen wir die Jungs noch nicht haben Achso, ja, raus aus unserem Schlafzimmer Ich muss nicht sagen Interessante Wait, warte mal Isi Ja Ich glaube, ich hab ein Wait, was ist das für ein Kuchen, Isi? Was ist da drinnen? Das ist ein wunderer Streuserkuchen Und was die geheimen Zutaten Liebe Ah Also in unserem Kuchen ist männliches Fleisch und Schweiß Benzin Raus aus unserem Haus Oh, die Müll Raus Oh mein Gott Nein Oh, Isi Isi ist gestorben und du hast überlebt Männer Ryan, guck mal, wo ich bin, hier Glaube Ach, nein Ryan, schaffst du es, oben auf die Hand zu springen? Warte, man sieht halt nicht Ich bin durchgesprungen Er hat sich durchgebackt Glaube Hier Oh mein Gott Oh mein Gott Überleben wir Ist das euer Geheimnis hier? Wait, ihr könnt hier rüber schauen zu uns Ja Ja Ja, Isi, jetzt wirst du richtig verblüfft sein, weil meine Base oder unsere Base, bis ich gesagt Die ist einfach wirklich 100 Blöcke breit Okay, ernsthaft? Mit DUSA WEIM TÜM Mit Spaß, okay Ähm, bevor wir nochmal haben wir Stimmt, man kann nicht mehr einmal entschieden Ryan, du weißt, was das heißt FAST BRIDGE! Let's go! Hier in die Mitte Und dann hier runter Ähm, okay Lass mal hier bleiben Ja Sandy, kannst du fast bridgen? Ähm, klar Wo ist Sandy überhaupt hin? Wait, jetzt habt ihr aber hier so einen grünen Dingchen Ich bin hier unten Alles klar Dann würd ich mal sagen Bevor wir irgendwie weitermachen Abonniert mich, Leute Ich will die 1,6 Millionen Abos knacken hier Ähm, for Ryan Weil das ist ein dichtes Rheinland mit ihm Ja, ganz klar Ich hab dich auch bald Leute, abonniert mich Ich würd mich megamäßig freuen Viel mehr Tsunami Die kommt jeden Sonntag um 12 Uhr zur Zeit raus hier Sonntag ist Tsunami Day Ähm, okay, alles klar Dann seid ihr ready? Wisst ihr, wer Medusa ist? Sandy? Hast du in griechischer Mythologie aufgepasst? Ja, klar In der Schule? Ja, die hat so Schlangen am Kopf Und wenn man den anguckt, dann wird man Versteinert, oder? Ja, versteinert wird man dann Also genau hin jetzt Ja, genau Okay Eigentlich ist Medusa nur easy ungeschminkt Nein Oh mein Gott Oh, halbes Herz, halbes Herz Viel Spaß Okay Das hier ist unsere Medusa Base Boom Oh Oh Ha Sieht aus wie Frösche, Alter Das sind keine Frösche Nein, die sind keine Frösche Das sind Schlangen Das sind Frösche Mit dem Augen und der Zunge Ist das süß Oh mein Gott Nicht süß, die ist gruselig Ryan hat die Aufgabe, den Skin nachzubauen Weil wir haben unseren Medusa-Skin rausgesucht Und ich hab die Schlangen gebaut Oh, die sind richtig süß Das ist voll süß Nein, männlich Naja, äh, also Wait Ryan, wir hätten eine Steinstatue einbauen müssen irgendwo Wait Vielleicht wird eure Base versteinert Vielleicht ist das unsere Geheimwaffe Ey, ich hoffe nicht Okay Sandy ist immer noch oben Hilfe, wie komm ich denn wieder runter? Einfach runterspringen Aber dann bin ich tot Nein Nein Oh mein Gott Lass mal rein hier Ah, hier jetzt In unsere Medusa Base Let's go Los geht's Okay Wie meine ich eigentlich mit lila und grün So, eher grün von den ganzen, äh Oh mein Gott Blättern Oh nein Oha, das ist ja sehr grün hier Geil Hast du Juka-Blumen hier gebaut? Was für das denn für Blumen? Oh mein Gott Es gab zwei Ja, das sind Juka-Blätter Die machen dämisch Das ist, das ist stachelig Ernst Oh mein Gott Ja, das ist ja auch eine männliche Base Stimmt Da hört der Mann ab Okay, okay Ist ja gut Okay, alles klar Hier gibt's saftige, äh, Mode-Fashion-Sachen, die man anziehen kann Zum einen Haben wir hier Oh, ich möchte so eins Ja, einmal rechts hier genauso zusammen Oh, warte Ja, warte Boom Das ist Team Millionen Hacker Ich hab's doch gerade in echt an hier Ist noch ein Overprint Ich finde eigentlich, Leute Wisst ihr, woher ich weiß, dass das hier ein gutes Design ist Letztens hab ich gesehen Irgend so ein random YouTube-Tybchen So ein kleiner Kanal Der hat normal nie mehr die Videos schaut Ist auf den Kanal gestoßen Über so Reactions Und der hat sich mal einen Shop angeguckt Der hat gesagt Alter, das hört eigentlich gut aus, das Design Guck mal Und das Ja, ja, und da weiß man, Leute Ja, das macht man Ja, ja, guck mal Das hier ist quasi so mehr im Graffiti-Street-Art-Style Ich find's Wer schlägt mich denn? Das ist die Blume, Izzy Hä? Das ist so wie Die von der Blume, Izzy Die haben Stacking Aber guck mal, jetzt ist Flo nackig Also shop.cousex.com Warte mal, was? Oh, stimmt! Da ist ein armen Rüstumständer Der mit seiner Lederhose Das sind kleine Arme, Flo Ich dachte, du trainierst Voll mickrige Arme hat der Das ist eh Der muss erst trainieren Ich nehm den kurz mit ins Riff, ey Das ist so ein Andenken, damit man weiß, wie weit man gekommen ist Also das ist das vorher Bild Ja, das ist das vorher Okay, lass mal rauf gehen Einstock hier Hier sind die nächsten Hier haben wir Dunkeldiamant Und hier haben wir Team Melone Original Ähm Ryan, ich hab's sogar für dich oben Warte mal Guck mal mit hier Ja, was denn? Ja, was denn? Das hier! Oh, das sieht cool aus Team Melone Donut Uh Das ist nice Das steht mir Das wollte ich Ja, ja, ja Warte, was reden die anderen da? Nicht hinplatzieren Wieso denn nicht? Aufsetzt auf den Kopf Höh Na, ich möchte aber nicht Wieso denn nicht? Wieso denn nicht? Ich möchte nicht Achso Das wär doch witzig Das ist doch gut Achso Okay, lass mal rauf gehen Oberstes Stockwerk Hier Sandy ihr Lieblingshaustier Ja, Wutschel Wutschel sag ich vor allem Wutschel Wutschel Fast Sandy, weißt du, wie der Hund heißt? Ähm Ja, Billy Nein Yeah, doch Oh mein Gott Oh mein Gott Ey, aber Ryan hätte das nicht gewusst Der kleine Billy Doch, klein Das gewusst Oh mein Gott Es ist Floh Und wo ist Wutschel? Und wo ist Wutschel? Der hat die Base-Scheibe angeschaut Ja Höh Er ist versteinert Warte mit euch Ahhhh Hey Ich wär fast gestorben Ryan Männer, hallo Und sich hat Basel eingenommen Schnell, easy Komm, wir gehen zu uns Jetzt Wir können, komm easy Kannst du hierbleiben Dann kannst du Sandy allein auf Baselassen Nein, schnell, komm easy Ja, sehr gut Ich schaff das nicht ohne dich Wait, wait Ryan, denkst du wir können unsere Spezialfähigkeit aktivieren? Und sich versteinern? Oh Gott, oh Gott Ich glaube schon, los Sandy, dreh dich um Ich bin doch schon da Sandy, komm in die Base Yandere wird jetzt versteinert Zu Stein gemacht Boom Los Wait, ich glaube das ist schon aus Stein Ja, ich glaube auch Hat der klappt Floh? Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Yeah Ein weiterer Sieg für die Männer Jawoll Easy, wo bist du? Ich bin bei dir Sandy Abstand Oh mein Gott, du hast den grünen Kuchen gerettet Yes Da bist du Hi Da bist du Okay, bleib bei mir Halt sie an mir Dann überlebt du das also Okay Kennst du diese Memes? Irgendwo in Brasilien Wo es aus Fitnessstudio überflutet wird Die Tränen weiter Das sind wir Yeah Ja, Mann Ja, Mann Also, eure Yandere Die ist nicht mehr so Oh Gott, oh Gott, oh Gott Easy, easy, easy Easy Ja, ja, komm raus Ryan Es stimmt jetzt geflutet Oh Nein, 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 nein Nein, 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 nein Alles gut Nein, der Floh wird runter geflutet Also, komm hier her Komm her Stell dich an die Leiter, okay Stell dich einfach an die Leiter Bleib hier Okay Okay Nicht weiter hoch Einfach da bleiben, wo du bist Aber wie, wie bleib ich denn da wo ich bin? Oh nein, Floh, warum hier Du musst an der Leiter steigen Ich glaube wir müssen runter Nein, nicht ins Wasser gehen Nein, 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 nein Nein, nein, nein Geh auf den Ballblock Das ist ganz kritisch hier Wieso gehst du denn ins Wasser? Ich dachte, wir haben hier eine Überflutungsversicherung Dachte ich auch Was ist daraus geworden? Oh Gott, easy Aber wir sind eigentlich safe Ja, oder? Ich glaube wir können den ganzen Tag noch bleiben Ja, das stimmt Easy, Hilfe Alles cool Kein Problem Pass kurz Ich zeige dich Wait Glaubst du, wir hätten den Tsunami out fast bridgen können? Oh, das wäre die Idee Oh mein Gott Pass auf, pass auf, pass auf Wir haben es geschafft 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 Die ganze Welt ist unter Wasser Wir haben gewonnen, oder? Ryan, zum Glück habe ich eine Schere mit Um schon in der Wolle Des gegnerischen Bellwurst-Teams abzubauen Das ist ein Profi Perfekt Wenn das Wasser dich angreift Einfach platzieren Okay Ich komme runter Oh mein Gott, euer Herr Die hatte schon aus, als ob die Aufs Gesicht gefallen ist Und eine schöne Tropie hatte Oder so Easy, jetzt kommt es auch von oben Easy Easy Ja, ja Easy ist Wasser Oh Gott, ich werde auch angegriffen vom Wasser Warte mal, Ryan, hörst du was? Oh Gott, easy ist es wirklich Es ist wie Wasser Es ist easy, easy Geht's dir gut? Alles klar Ich glaube, es ist mein Magen Der hat keinen Proteinshake hatte Ich lebe noch Nein, was machst du denn da? Du musst doch nicht Du sollst doch nicht sterben gehen Was geht da bei den Mädels ab? Oh mein Gott, Sandy Geh doch durch den Wasser rein Oh mein Gott Ryan, ein Ankerfisch Ankerfisch Ich versuche das doch hier zu stopfen Was ist dein Magen? Hey, warte mal, warte mal, Kinder Bleib so, Ryan Durch deinen Name-Text seh ich durch den Block durch Warte mal Ja, ja, ja Ich glaub wir sind hier sicherer Oh mein Gott Easy, easy, Hilfe Ich seh zu den anderen rüber Was machst du denn? Ich war doch gerade noch bei dir Der Fisch kommt direkt auf uns zu, Flo Warte, wo ist der Fisch? Nehmst du noch? Ja, ich lebe noch Alles cool, alles cool, alles cool Lass mich hier stopfen Ich hab noch Blöcke Oh mein Gott Oh mein Gott Ich seh den Fisch Nein, nein, nein Er ist gestorben Nein, mein Merch Ey, wir sind nicht versichert Sandy Nein Ich renne ihn Oh jetzt Oh mein Gott Was ist das denn jetzt? Ich hab dein Merch Er ist gestorben, wenn er gegen Easy gekämpft hat Oh Warte, ich hab gar nicht gegen Easy gekämpft Oh mein Gott Ich lebe noch Ich lebe noch Ich versuche den Fisch doch Pass Bridgen Nein Ich glaub das Flo Ich glaub das Warte, wer lebt das noch? Easy lebt noch Easy lebt noch Oh mein Gott 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 Nicht mehr lange Ich lebe nicht mehr lange Yes Nein Mein Bett, mein Bett, mein Bett Oh mein Gott, nein Noo Ich will mich mehr betfen Cool Easy Team Infine Team Infine Hat sich überlebt Team Infine Die nimmt sich untermiefen Nix mehr übrig Oh Ja Oh, da unten Oh mein Gott das Like da, bis zum nächsten Mal, für die Schwimmer, der hieß ich hier, Schopo, Kaffee, Schopo, die anderen vorbei, bis zum nächsten Mal abonniert mich, bis nächsten Sonntag und ciao, Leute!